Wir kommen ein bisschen zu spät. Wir wollten eigentlich pünktlich hier rein, aber da haben wir das echt nicht mehr geschafft. Wir waren noch beim Rewe. Jo, komm doch mal her. Was geht's? Was war denn deine Rolle? Ja, ich war einer, der eine E-Mail an den Mörder, den Amokläufer der Szene, des Szenarios geschrieben hat. Wie geht's dir eigentlich? Und wie hast du dich gefühlt auf der Bühne? Hast du das schon öfter gemacht, DSP-Aufführungen? Ja, das ist jetzt schon meine vierte Aufführung, also mein viertes Stück. Es macht halt immer mehr Spaß. Wir haben gute Leute. Ich bin zwar immer am Anfang ein bisschen nervös, aber das kommt dann während der Zeit. Du hast ja gut Backup. Auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Benjamin. Man sieht dich gar nicht. Du siehst aus wie ein Zuhälter. Ja, man muss sich halt manchmal an seine Rolle anpassen. Okay, das finde ich sehr spannend. Was habt ihr denn gespielt? Hast du es eben nicht gesehen, oder was? Was? Sorry. Wir wollten ja pünktlich kommen, ne? Aber da kam was dazwischen. Danke, Bendy. Brotbau. Ja, Yolo. Hallo, Björn. Welche Rolle hatten Sie denn? Ich war der Typ, der Alkohol getrunken hat. Drei Kilometer entfernt. War lecker. Hat gut geschmeckt. Ich hätte noch mehr gerne, aber es alle. Ja, tschüss. Für wen hast du das jetzt aufgenommen? Ach so, nur so für uns, weil es lustig ist, weil wir sind ja auch gute Freunde und so. Wir machen uns so eine Compilation, so ein bisschen Zusammenschnitt. Also öffentlich wird es nicht gestellt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Julia nicht richtig das gerne sehen würde. Du hast die Tontechnik gemacht und die Lichttechnik. Ja. Erzähl doch mal, wie war das? Naja, spannend. Immer ein bisschen langweilig. Ich habe auch die Dazwischen-Doodle-Jump gezockt. Das würde ich auch machen. Yo, Team-Dähnlichkeit 10. Skill 6. Hast du Bock zu zocken? Ich habe sehr Bock zu zocken. Heute müssen wir in Division 4 kommen. Da hast du aber groß was herangerissen. Aber du liegst hinter mir. Das ist übrigens Herr Eichelhans. Ey, ich bin der Beste in Loll, Mann. Das geht gar nicht. Was für Skills ich raushaue. Ja, ja. Nein. Nein. Kamerascheuer Mensch. Sie sind ja der Leiter von diesem Stück. Nein? Auf. Einspringer. Was war denn Ihr Job in diesem Stück? Also, was haben Sie dazu geleistet? Beigetragen. Also, mir hat das Stück sehr gut gefallen. Das hat sehr, sehr, sehr zum Nachdenken angeregt. Und was ich gut fand, ist, dass die Darsteller es geschafft haben, einen diese 75 Minuten lang zu fangen. Und das gelingt ja nicht immer. Ja. Danke. So. Ja, aber warum willst du mich die ganze Zeit? Erzähl doch mal was. Wie gefällt Ihnen denn Gianna? Du Mann, ey. Ich wette, ich werde da voll als Freak rüberkommen, oder? Zu spät. Es ging nicht um die Größe, aber danke, dass du es erwähnst. Wusstest du, dass du im Laufe des Tages kleiner wirst? Um ein Zentimeter? Auf. Ey, Benji. Was ist los? Benji, glaubst du, du gewinnst noch? Also, wenn wir gewinnen, dann liegt es bestimmt nicht an mir. Mir, das kann man nicht. Okay.